Moin, die Kaudelabanget noch. Ja, heute ist Battletag, ich habe mich noch fleißig geübt. Ich habe hier die Trainerboxen. Und Nils darf sich jetzt eine aussuchen. Schwierige Wahl. Jetzt sind wir immer so verführerisch der Hände. Ja, Pack-Battle, aber machen wir jetzt nicht. Wir machen jetzt direkt ein ETB-Battle. Wir splitten das in zwei Folgen. Das heißt, jeder macht nur vier Packs auf. Und dann wünsche ich dir Nils viel Erfolg. Ja, ich dir auch. Und viel Spaß euch. Moin! Tag 2 des Battles. Also es steht, wie gesagt, 0,5 zu 0. Das kann noch besser werden. Ich habe jetzt mittlerweile bestimmt drei Testlays aufgemacht. Und ich glaube, vier ETBs. Ich habe noch nie einen Geratiner wie Full Art oder Star oder irgendwas gezogen. Und dreimal das Alternative. Ja, davon rede ich gar nicht. Also ich würde gerne mal so eine Alternative... Ich würde gerne mal eine Geratiner ziehen. Aber irgendwie ist mir das bis jetzt verwehrt gewesen. Ja, mal schauen. Vielleicht bringt der im ETB noch etwas. Wir haben einen Polygon. Makuita. Jynx. Makuita. Jynx. Makuita. Makuita. Jynx. Das ist ein richtig guter Charakter. Ja, aber ich wollte es auch nicht sagen. Oder 0,5 zu 0. 2, 3, 4. Ich möchte es jetzt nicht sagen. Aber ich glaube, es ist ein W bei dir. Ist ein Glurak. So, Rheinland, Gastrodon, Lost Vacuum, Maguita, Jinx, Suen Bescolin, Enkei, Paras, Inaros Schien, die hätte ich glaube ich bei mir gehabt. Das ist eine richtig gute Charaktere, die hätte ich bei mir gehabt. Und Nolo. Das heißt, 1,5 in Hono und 1 für die Charaktere. Das liefen die auch gerade eben aktuell. 2 zu 0. 1,5 zu 0,5. Hallo. Ach stimmt. Entschuldigung. Das heißt, ich muss nachlegen. Ich habe es leider gesehen, aber es gibt ja noch diese Trainergalerie. Schauen wir mal rein. 1,5 zu 0. 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 Wir haben einen Doddler, einen Lost City, Gift-Energy, hier suchen wir einen Glowloid, Oddish, Poliwag, Fahdings, Ronsol, Snova und ein Storunion. Was ist denn mit dem Backstags los? Das ist ja krass. So, die Rathina. Ich sehe schon das erste Bicycle hier. 1, 2, 3, 4. Ich fülle mal kurz nach. Ich fülle eine Trainer Gallery. Bronzer oder eine Goldstar. Das kann auch eine Goldstar sein. Mir fehlt noch das Pikachu. Shellos von Kiefer. Also ich glaube, ich habe das Gefühl, aber es muss eine Sache. Ich habe nicht das Gefühl, Oddish. Ich habe nicht das Gefühl. Das gibt es doch gar nicht. Ich habe aus einer ETB aus 7 Banks eine Holo gezogen. Hat ja noch nie gesagt. Das ist ja... Ich bin gespannt, was das letzte Pack dann bringt. Hey, wie willst du denn? Ich brauche jetzt einen... Treffer, 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 Treffer. Ich weiß noch nicht, was krank ist so. Alter Schwede. Wir haben ein Gloo. Ein Swatter. Ein Electric. Ein Slugman. Ein Warwine. Ein Gubi. Ein Glieger. Ein Polybag. Ein Tremont. Ein Tremontpunkt. Und 3 zu 0,5. Ich würde sagen 3 zu 0,5. Ich hatte hier die Holo und die Tremontpunkt. die sind 1,5 hier ich hab so viel trainiert ich lass mich jetzt voll und spitzen wieder ein white code ich hab jenks, snova, ich seh irgendwas hier, Bronzor, Gummi, Bicycle, die haben wir doch eben schon gesehen, aber wenigstens 1,5 punkte, das ist ein super charakter, krass, das ist ja mein Lieblingspokémon aus dem Zettel, das wisst ihr alle, das ist die Ekibion Strafe ist glaube ich auf dem gleichen Platz mit Douglas und wir haben vergessen, eine Strafe für den Verlierer auszumachen, was jetzt gar nicht so schlimm ist für mich, ich bin jetzt schon verloren, das kann man da ausbauen ich bin auch mal wellig, muss das ja, ja, schön so, der kommt gleich wieder hier um die Salle hin und die Seite dann brauchen wir 2, 4 jetzt bin ich gespannt, wann was kommt wir haben ein Slingo die Lady einen den Shao das ist nicht gerade zum ersten Mal, glaube ich ja, bestimmt Verlinks Lovedisk Oddish Littrick Jinx Electric in Reverse und eine Slingo zu Rock V sehr spielstark ja, ich gebe es zu, ich habe verloren kann man euch ändern, vielen Dank fürs Einschalten war keine gute Idee, so ein Format zu machen macht's schön gut tschüss